Die Schlosskapelle. Die heilige Elisabeth und 11.000 Jungfrauen. Eingezwängt zwischen Dürnitzbau und Palast befindet sich die innere Schlosskapelle. Der Chor und das kleine Türmchen entstanden um 1255. Das Kirchenschiff selbst und die Empore stammen aus der Zeit um 1475. Der Übergang von dem romanischen zum gotischen Baustil ist an verschiedenen Stellen gut zu erkennen. Bei Renovierungsarbeiten 1915 konnte man an den Chorfenstern mittelalterliche Fresken freilegen. Sie zeigen zum einen die Kreuzigung mit Maria und Johannes, sowie auf dem anderen Bild die Kreuzigung Petri. Am Triumphbogen kam damals die Darstellung der klugen und törichten Jungfrauen zum Vorschein. Ob hier tatsächlich 11.000 Mädchen abgebildet sind, wie es die Überlieferung behauptet, ist eher zu bezweifeln. Der gotische Flügelaltar entstand um 1524 und ist ein Werk aus der Salzburger Schule. Er zeigt in der Mitte die Figur des heiligen Dionysus. Er hält in der linken Hand einen Stab, in der rechten ein Buch und darauf seinen abgeschlagenen Kopf. Üblicherweise wird der Heilige mit dem Haupt in den Händen und einem Halsstumpf dargestellt. Die Skulptur hier hat eigenartigerweise zwei Köpfe. Einer liegt auf dem Buch und der andere sitzt an seiner eigentlichen Stelle auf dem Hals. Links davon sieht man die heilige Anna selbst tritt. Dem Jesuskind werden Birnen gereicht. Rechts steht die heilige Barbara. Am Aufgang zu Empore ist eine Holztafel angebracht. Darauf findet sich ein seltsamer Spruch. Verfasser dieser Zeilen war Ritter Hans von Drenbeck, der der Herzogin Margarete viele Jahrzehnte als Oberhofmeister gedient hatte. Eines Nachts verschwand der damals 97-Jährige heimlich von der Burg und ging ins Kloster zu den Kathäusern. Vor seinem Abschied schrieb er diese Zeilen. Der Herrgott schenkte dem Ritter noch weitere 18 Jahre. Gestorben ist er schließlich an den Folgen eines Reitunfalls im Alter von sage und schreibe 115 Jahren. Beide er die Ohrstraße zusammen. Vielen Dank.